Das branchenführende Unternehmen für neue Mobilität und intelligente Fahrtechnologie Human Horizons hat vor kurzem weitere Details über den ultrafuturistischen digitalen GT Hi-Fi Z enthüllt. Alles, was man über dieses mehr als extravagante Auto wissen muss, seht ihr jetzt hier auf Project Drive. Human Horizons wurde gegründet für die Forschung und Entwicklung innovativer und führender intelligenter Mobilitätstechnologien sowie für die Industrialisierung zukunftsweisender intelligenter Fahrzeuge. Darüber hinaus baut Human Horizons intelligente Verkehrstechnologien auf und trägt zur Entwicklung intelligenter Städte bei, die die menschliche Mobilität weiter neu definieren werden. Hi-Fi wiederum ist eine Premium-Marke, die von Human Horizons geschaffen und von ihren Nutzern weiterentwickelt wurde. Hi-Fi ist ein Elektrofahrzeug mit einer leichten Aluminium-Stahl-Hybrid-Konstruktion und nachhaltigen pflanzlichen Ledern und recycelbaren Materialien. Der Hi-Fi Z, der exklusiv von Human Horizons entwickelt und hergestellt wird, ist ein Beweis für das Engagement des Unternehmens für den technologischen Fortschritt, das keine Kosten scheut, um die Grenzen der Schöpfung zu testen. Durch strenge Tests und Entwicklung hat der Hi-Fi Z mehr als 95% seiner zuvor gezeigten Produktionsfähigkeiten beibehalten. So Dinglei, Gründer, CEO und Vorsitzender von Hi-Fi. Kommen wir aber mal zu dem etwas, nun ja, gewöhnungsbedürftigen Erscheinungsbild. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob euch die Optik gefällt. Außen ist der Hi-Fi Z mit dem weltweit ersten umlaufenden Star Ring ISD-Lichtvorhang an einem Personenkraftwagen ausgestattet, der aus 4066 einzelnen LEDs besteht, die mit den Fahrgästen, dem Fahrer und der Umgebung interagieren können. Die Türen verfügen eben über ein intelligentes, interaktives ISD-System und eine drahtlose Ultra-Breitband-Kommunikationstechnologie mit einer Positionierung auf 10 cm Ebene, die eine automatische Erkennung von Personen, Schlüsseln und anderen Fahrzeugen ermöglicht, was zu einer intelligenten Anpassung der Türöffnung in Bezug auf Geschwindigkeit und Winkel führt. Die aktiven Kühler-Grillklappen, die Active Air Grill Shutter oder AGS sind mit dem Heck-Spoiler und dem Kotflügeln verbunden, um den Luftwiderstand des Fahrzeugs automatisch zu regulieren und den Auftrieb zu verringern und so die Gesamtleistung zu verbessern. Im Inneren des Fahrzeugs befindet sich ein ultra-futuristisches, raumschiffartiges digitales Setup mit einer digitalen Seele in Form von Hi-Fi Bot. Einem hochmodernen KI-Begleiter, der jeden Aspekt des Fahrer- und Passagiererlebnisses automatisch anpassen kann. Vom Ultra-Suit, Bio-Galaxy-Stoff und der fließenden Ambientebeleuchtung über das Meridia-Audiosystem mit 23 Lautsprechern bis hin zu den Rennschalen sitzen. Das sensorische Erlebnis soll einzigartig sein. Hi-Fi Bot nutzt nicht nur eine Kombination aus Beleuchtung, Berührung, Geräuschen und Düften, um eine immersive und beruhigende Umgebung zu schaffen, sondern ist auch in der Lage, mit den Fahrgästen zu interagieren. Er ist mit dem weltweit einzigen fahrzeugtauglichen Roboterarm mit 4 Freiheitsgraden und 8 Richtungen ausgestattet, der sich in weniger als einer Sekunde vor- und zurückbewegen kann und eine Steuerungsgenauigkeit von bis zu 0,001 mm aufweist, sodass er eine Vielzahl feinfühliger Bewegungen geräuscharm ausführen kann. Das innovative ADAS des Hi-Fi Z wird von dem selbstentwickelten Hi-Fi Pilot-System angetrieben, das eine doppelte Redundanz für die sechs Hauptsysteme Computer, Wahrnehmung, Kommunikation, Bremsen, Lenkung und Energieversorgung bietet. Für zusätzliche Sicherheit nutzt der Hi-Fi Z einen Nvidia Oran-X-Chip und das Echtzeitbetriebssystem QNX Neutrino, um mit 34 Sensoren und LiDAR-Technologie die Umgebung ständig zu scannen und assistiertes Fahren und Einparken sowie intelligentes Aufrufen über die Smartphone-App zu ermöglichen. Der Hi-Fi Z, der in 3,8 Sekunden auf 100 kmh beschleunigt, verfügt über eine Vollaluminium-Vorderradaufhängung mit doppelten Querlenkern, eine Fünflenker-Hinterradaufhängung, eine Luftfederung und eine kontinuierliche Dämpfungskontrolle, um die dynamische Leistung kontinuierlich anzupassen. Der Wagen verfügt über eine Hinterradlenkung und ein IVC-Fahrdynamik-System, das trotz seiner Länge von über 5 Metern einen Lenkeinschlag von 13,2 Grad ermöglicht, was einen Wendekreis ähnlich dem eines Mini Cooper erlaubt. Der Hi-Fi Z ist mit einem 120 kWh Hochleistungsakku ausgestattet, der die Cell-to-Pack-Technologie und Kühlflüssigkeiten nutzt, um die Wärme zu verteilen und Brände zu verhindern, während er eine Batterielebensdauer von bis zu 705 km bietet. Der Hi-Fi Z wird zu einem Preis zwischen 89.000 und 129.000 US-Dollar erhältlich sein. Im Vorfeld der Bekanntgabe weiterer Details wird der Hi-Fi Z ab dem 6. Juli in Shenzhen ausgestellt und es ist geplant, ihn in elf wichtigen Großstädten zu präsentieren, um den Interessenten einen ersten Blick auf den ultrafuturistischen GT zu ermöglichen. Die offiziellen Markteinführungstermine sollen auf der Chengdu Autoshow im August bekannt gegeben werden. Aber was haltet ihr vom Hi-Fi Z? Hat so ein extrem futuristisches Fahrzeug überhaupt eine Zukunft? Sagt mir auch das gern in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht auf meinem Instagram-Kanal vorbeizuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!